Letzter Auftrag, und zwar lande bei Grazy Booth oder Hungry Farm. Danach müssen wir zum Nullpunkt und ja Leute, dann sehen wir uns gleich, wenn wir fast beim Loot Lake angekommen sind. Jetzt sind wir im Loot Lake angekommen. Hier ist der Nullpunkt. Einmal landen. So, zack. Auftrag abgeschlossen. Und Leute, ich hoffe, das Video hat euch komisch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst die Glocke dicht, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und schüttet euch an. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.